Hallihallo ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 mit dem Maudado und dem Wintercracker. Hallo. Hallo. Dafür musstest du bereit sein. Und dann mal wieder Fett am Flaschen droppen. Ein bisschen die Aggression rauslassen, die er kriegt, wenn er meinen Avatar sieht. Neben Wintercrackers verblasst er halt. Aber Klaus Avatar hat echt einen coolen Unterkörper, so eine Rakete da unten dran. Danke, das höre ich öfter. Wie geht das nochmal? Ich weiß gar nicht, wie die es fliegt, wenn Zombie nicht dabei ist. Ich weiß auch nicht. Eigentlich sagt Zombie uns immer, was wir machen müssen. Wer ist Luigi? Ich. Maudado. Nein, warum macht Mario das? Wo hast du? Haha. Wer hat meine Glocke geklaut gerade? Maudado. Nee. Das machst du. Ich, Maudado. Ich bin hardstuck hier hinten, weil ich keine Glocke habe. Und was ist im Spiel? Ja, cool. Gehe ich jetzt ins Ziel einfach oder wie läuft das, wenn du mir nicht da ist? Machen wir gerade gegeneinander? Ich weiß es nicht. Wir spielen miteinander, du kannst bei ihm spawnen. Nee, nee, nee. Wir müssen gerade die Coins sammeln. Achso, dann kannst du gar nicht ins Ziel. Nee, nee, nee. Ich habe gerade einen hier geholt. Ja, ich hatte auch schon eine. Ich spiele gerade als Team. Oh, oh. Ich spiele als Tod. Ja, woher kriege ich denn jetzt so eine Glocke? Ich komme hier überall nicht lang. Ja, da hättest du dir die nicht wegschlassen lassen müssen. Du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Hä? Was ist das? Ja, das war Luigi. Ich habe es gesehen gehabt. So, wo müssen wir denn lang? Ich gehe mal hier unten rein. Hier ist die letzte Münze, glaube ich. Oh, schnell in Ziel, in Ziel, in Ziel, in Ziel, in Ziel, in Ziel, in Ziel. Nein, ich komme halt nicht. Nein. Ja. Fein. Okay. Da ist ein... Ah, ich habe die Münze verfehlt. Hahaha. Scheiße, war das schlecht. Aber mit der... Also, die ist eigentlich easy. Ja, ja. Das ist das Schlimmste. Die ist eigentlich super easy. Kann man die Bienen nicht töten oder so? Kannst du auf den springen. Okay. Nö, ich töte keine Bienen. Das ist schlecht. Tschüss. Hey, Luigi! Wir haben keinen Schlüssel. Wir haben gewonnen. Dann mach den Schlüssel, wenn wir hinten das Secret angucken. Ihr habt ge-greedet. Wir haben nichts, weil die Flüsse gesagt haben. Hahaha. 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 Ich habe gewonnen. Ich habe gar nichts. Ja, wir haben das Level noch mal gespielt. Hahaha. Wir reißen uns hier den Hintern auf, um an die Münze zu kommen. Hahaha. Was ich bei deinem Miene ein bisschen schade finde, Wintercracker, ist, dass... dir die Kontur um den Kopf fehlt. Das geht irgendwie so in den Hintergrund rein. Hahaha. Warum kritisiest du gerade dein Aussehen? Hahaha. Dafür wird Baudado gekillt nämlich. Ja, das ist halt wirklich so. Hahaha. Ich kritisiere das Aussehen. Ich stelle nur fest. Du kannst ja auch nichts dafür, dass deiner Mutter einen Menschen, dein Vater einen Hintergrund war anschein. Hahaha. Hahaha. Das sind halt die Gene dann. Ja. Boah, das ging hier jetzt ab. Ja, ich weiß es nicht. Ist nicht so spannend. Oh, die Batterieleistung von meinem Controller ist noch. Oh, oh. Ja, die von meiner Switch ist absolut am Limit. Also meine Switch kämpft wirklich um ihr Leben gerade. Nein! Lass mich noch an. Haha, Mann, ich wollte es noch blocken. Ja, aber ich bin Mitte. Ja, aber ich bin Mitte. Wer heute gewinnt bei uns mit der Cracker? Hahaha. Hahaha. Nee, noch in der Regel. Wer hat die Regel erfunden? Hahaha. Derjenige, der in der Mitte war. Hahaha. Aber die Varianz in den Leveln ist so unterschiedlich. Das ist so krass. Wenn man das normale Level mit anderen vergleicht, springst du siebenmal über so eine Plattform und gut ist. Ja. Also die Map gerade war echt nicht so spannend, muss man sagen. Hahaha. Ich weiß nicht, was lustiger ist. Dass so, dass wir so eine Map spielen und teilweise auch noch verkacken. Oh mein Gott. Danke für den Boost. Kein Problem. Geh aus dem Weg, Todd. Geh du aus dem Weg. Aus aus meiner Sicht. Hahaha. Todd. Tschüss. Jetzt bist du dran. Ey, ich kann nicht springen. Ach, hier ist Eis. Ja, das hätte man mir mal mal sagen müssen. Ey, wie kommt man hier? Nein, ich hab vor euch den... Wie kommt man hier lang? Oh, ich hab's geschafft. Du musst es richtig springen oder so und dann... Hahahaha. Hahahaha. Was ist im Spiel? Das ist wirklich nicht so easy. Just kidding. Ne, ne. Hey, das Level ist zum Beispiel voll cool. Ja. Wenn ich's hinkriegen würde, wär's cool. Ist doch dumm. Doch, dumm. Wer bin ich? Achso. Doch, dumm, doch, dumm, doch, dumm. Ey, Mann. Wie kommt man denn hier lang? Ich hab mich bisher hier nur lang geschummelt, indem ich Maudado die Dinger hab schwingen lassen. Hahaha. Du musst einfach im richtigen Moment. Guck. Du musst einfach im richtigen Moment schwingen oder musst du im richtigen Moment schwingen? Nein! Nein! Einfach so. Danke! Nein, jetzt hab ich euch geholfen. Karma. Wee! Maudado ist richtig gut. Hä? Ach, Mann. Ach, Mann. Man kann sich ducken. Oh, ich hab's geschafft. Sicher? Ja, hier bin ich. Hahaha. Nein, jetzt hab ich Mario gerettet. Nein! Maudado. Ich hab's nicht geschafft, direkt zu springen. Wir sind übrigens miteinander. Du kannst jetzt bei den anderen spawnen und die versuchen zu stören. Hä, wie kam man denn an einem Blumen vorbei? Einfach ducken. Einfach machen. Einfach, ja. Hey! Hallo. Hey, jetzt ist hier nochmal ein Checkpoint. Ich hab irgendwie ein Déjà-vu. Hä? Ich hab das erste Mal in meinem Gefühl, dass ich dieses Spiel spielen kann. Du bist richtig gut. Ich hab grad das Gefühl, ich spiel wieder mit Input-Delay. Aber es ist halt einfach nur das Eis. Nein! Ich bin bei Luigi gespawnt! Oh nein, ich bin gestorben! Oh nein, wir haben geschossen! Oh mein Gott, das ist Ewigkeiten lang, Leute. Ja, ich bin, ich lieg in Führung. Ja, warte, bis ich bei dir spawn, dann lieg ich in Führung. Ich komm grad gar nicht klar mit dem Eis. So, jetzt stirbst du da, wo Maudado gestorben ist? Nee, weil ich kann das spielen nämlich. Wow! Ich hab ne Münze! Ich hab gewonnen! Nein! Da bin ich, da bin ich! Der, der im Screen ist, hat gewonnen. Ja, wir haben alle gewonnen, steht da. Ja, wir spielen ja auch miteinander. Aber ich muss sagen, das Level war cool. Ich hab's verkackt. Ja, das Level hat mir ultra gut gefallen. Aber es war mega cool. Es war echt cool. Stunden später kriegst du ne Voicemail von... Bisschen drüber nachgedacht. Dies, das. Jawohl, nice. Dies, das. Ananas. Oh mein Gott. Boah, das sind zu viele Pfeile, das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich wollte auch die Pfeile mal. Ich glaub, das ist ein Rennen, oder? Ach, das ist ein Rennen. Ich geh mal hier. Ein Rennen, was miteinander ist. Ach so. Oh, warte. Okay. Viel Glück. Wann geht's denn los? Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Oh. Punkt. Tschüss. Irgendwas passiert. Oh. Das Geile ist, wenn wir sterben... Boah, wie hast du das da reingeschafft? Oh Gott. Ich glaub, bei den Leveln kann man meistens nicht sterben, oder? Ja, das könnte sein, dass das nicht geht. Was muss man denn hier machen? Wie funktioniert denn das hier? An die Lianen klettern, oder was? Oh, ich kann das auch nicht. Der von euch ist Toad. Ja, der Gute da. Der Gute da. Der Gute-Spieler. Und der Gute. Das stimmt. Aber du bist auch ziemlich gut. Ja, ich hab auch keinen Input-Delay. Ich auch nicht. Und trotzdem bin ich noch stuck an der gleichen Stelle. Ey, Maudado ist mir... Ey, ich hab's nicht! Wie kommt man hier lang? Ich versteh's auch nicht. Maudado. So, na. Ich versteh erstmal da, wo ich grad bin. Oh mein Gott, wie soll das gehen? Ich hab's geschafft, weil ich gut bin. Hä? Wie soll das gehen? Also ihr müsst jetzt aufpassen. Ich versteh diesen Sprung nicht. Ihr müsst jetzt aufpassen. Ich bin fast bei euch. Ich hab die Pflanzen geschafft. Ah, warte. Nee. Also manchmal geben die so Hinweise. Ah, Maudado, ich bin bei dir. Wie kommt man da jetzt lang? Ja, aber wie... Oh mein Gott, Maudado bist du... Absolut... Du bist doch nicht geistesgestört. Ja, das ist einfach als man gedacht. Hä? Hä? Wie geht denn das? Einfach ducken und springen. Hä? Ey, Maudado... Warte mal bitte am Ende. Ich will das auch fertig machen. Ja, ja. Wow. So denkst du also über sie. Klaus will auch noch zu Ende spielen. Ich weiß nicht, ob ich zu Ende spielen will. Ich bin ganz ehrlich. Ich komm hier nicht rein. Ich lass euch alle den Spaß mit diesem Level. Wir können das. Ich glaub, Klaus überholt mich grad tatsächlich. Nee. Shit. Ich komm da auch nicht rein. Der bewegt sich nicht mal nach rechts. Jetzt. Ja und wie? Hä, was müssen wir jetzt machen? Maudado, wie komm ich in die letzte Tür rein? Du machst einen Powerblock. Und dann ziehst du unter die Tür. Ach so. Ja, aber der wirft den halt weg. Der wirft den halt. Ja, du ducken und dann ablegen. Ah. Höh. Hab ich grad einmal gedrückt, hat er nicht gemacht. Jetzt, wo es Maudado sagt, mach das. Bäm. Also sehr, sehr merkwürdig. Das Spiel ist wirklich verpackt. Das ist wirklich so. Das ist anscheinend mit Sprachbefehl. Hä? Ach so. Okay, jetzt hab ich hier ne Combo raus. Gott. Nein, Klaus, bleib weg. Bleib weg. Ich, ich, ich will nicht weg bleiben. Ach so, das Level ist wirklich lange. Maudado ist schon seit tausend Millionen vor mir und ist immer noch nicht im Ziel. Es ist wirklich lange. Oh mein Gott. Ich muss jetzt... Okay, alles klar. Hat der irgendwie ne Blume? Der Spieler da? Das ist halt, das wird halt zeittechnisch sogar knapp. Ich kann nicht... Ich komm hier nicht rein. Oh nein, nicht wieder pflanzen. Wir haben verloren. Okay, ich warte mal auf euch. Oh mein Gott. Und wie komm ich jetzt mit der... Wer ist denn bei mir gespawnt? Ah, das ist ne Pflanze. Wie kommt man denn... Wie kommt man denn... Wie kommt man denn an der Blume vorbei? Hallo. Hi. Ich bin unter dir. Hallo. Hallo, ich seh dich. Ja, ja. Aber krieg ich jetzt überhaupt noch... An was vorbei? An der Blume. Da musst du auch wieder drucken und springen mit ein bisschen Anlauf. Aber das... Hä? Okay, ich geh durch. Hä? Ich hoffe, da ist noch nicht das Ziel. Ich hoffe, hier ist das Ziel. Ja, und wie kommen wir da jetzt hin? Ja, das öffnet sich gleich. Guck, der Shell geht durch. Ah, ja. So lange hat Cracker noch Zeit. Oh, oh. Und es ist ein Wettrenn zwischen den Leuten, die hier warten. Cracker, beeil dich. Du kannst noch gewinnen. Ja! Scheiße. Jetzt bin ich durch. Ich bin nicht mal ins Ziel. Ich weiß. Jetzt bin ich durch. Ich dachte, du drückst auch. Hätte ich das gewusst, dass wir es nicht machen, wäre ich natürlich nicht reingegangen. Ah, Klaus. Oh, Sache. Klaus hat gewonnen. Oh, Mann. Jetzt muss ich das auch noch einmal machen. Ja. Ja. Oh, das Level war irgendwie anstrengend für meine Finger. Es war, also es war wirklich lang. Es war echt cool. Es war aber auch wirklich ein gutes Level wieder. Ja, es war wirklich cool. Aber für meinen Geschmack hätte es ein bisschen kürzer sein können. Ja. Ich habe immer Angst bei so Leveln, dass die Zuschauer das nervt, weil man so richtig reinscheißen. Die so denken, Klaus, stell dich nicht so dumm an. Boah, ne, die denken sich, wow, dieses Level-Design, das ist so geil. Die Zuschauer würden nie was Negatives denken. Niemals. Ne, das stimmt. Was bin ich? Luigi. Lauf, die schießen uns mit Froschkostüm ab. Hilfe. Nein, kein Froschkostüm. Endlich wieder ein gutes Level. True. Explain true. Hello. Nein, ich wurde mit einem Froschkostüm. Lauf, das habe ich gewinnen. Und Wintercracker ist gestorben. Ey Leute, ich habe ein Problem. Meine Switch ist jetzt bei einem Prozent Akku. Die geht tatsächlich runter. Ja, okay. Dann ist das ja praktisch, dass wir am Ende der Folge sind. Maudato hat auch noch mal schön gewonnen. Nice gemacht. Danke. Mich noch umgebracht. Du bist nicht mehr drin. Die Switch ist aus, Leute. Die Folge ist endet, wenn die Switch endet. Geil. Schaut in die Beschreibung rein. Da sind die anderen beiden verlinkt. Und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.